Kommst du heute zu seiner Schwimmmeisterschaft? Da muss ich da hin? Ja! War nur ein Scherz, ich komm natürlich. Das ist mein Junge, gut gemacht! Du bist nicht mein Papa! Fühlen sie sich manchmal, als hätten sie für nichts genug Zeit. Ich möchte, dass sie dieses wichtige Designkonzept entwickeln. Am Wochenende wollte ich was mit meinen Kindern unternehmen, danach kümmere ich mich darum. Dann setze ich ihren Kollegen daran. Nein, nein, nein! Seit einem Jahr zählst du den Kids, dass du mit ihnen selten gehst. Scheint ihr Leben außer Kontrolle zu sein? Können wir den kleinen Drachen sehen, Daddy? Wenn ich den Fernseher ankriege? Das ist der Deckenventilator. Ja, witzig! Was, wenn sie das alles in den Griff bekommen? Ich suche eine universelle Fernbedienung, die mir das Leben weniger kompliziert macht. Gehen wir in mein Lager. Ich werde ihre Welt auf den Kopf stellen. Auf Knopfdruck. Niemand sonst auf der Welt besitzt so etwas. Drauf zeigen und klingeln. Stimmt. Im Haus schlafen alle, sei ruhig. Jetzt dreh doch mal deine Lausstärkung runter. Sie verlangten eine universelle Fernbedienung. Diese Fernbedienung kontrolliert ihr Universum. Cool. Jetzt hör schon auf, Michael. Du bist doch erwachsen. Ich bin's leid, darüber zu diskutieren. Das ist doch wohl nicht zu viel verlangt. Geistergeschichten erzählen, Versteckspielen... Ich hab den Streit übersprungen. Diese ganzen Dokumente durchzuarbeiten, das kostet mich Monate. Ja, dann fangen Sie gleich an. Wow, hab ich Kopfschmerzen. Hat mich ein Zug überrollt? Ich hab nichts gesehen. Das Ding ist im Eimer. Der Schnellvorlauf schaltet sich von allein ein. Hab ich die ganze kleine Drachenhära verpasst? Adam Sandler. Was ist denn das? Da schreibe ich doch gleich mal auf Zeitlupe, um das genau zu sehen. I know it could. Glück. Wie der Fang? Wir üben vor einen Fall lassen, denn bis jetzt hat Ben noch nicht eingefangen. Du musst den Ball immer im Auge behalten, Kleiner.